hi leute und willkommen zu hey wenn im letzten part hat mir beschlossen die flow bridge zu zerstören indem wir an unsere schuhe diesen hyper rost an die akkus machen damit praktisch die akkus unendlich viel flow aufnehmen können da der gleich wieder zerstört wird ja anscheinend müssen wir einen hyper rost kristall noch finden bevor wir das machen können nicht cool aber naja jetzt muss ich mal schauen ach da war das ich müsste also da hinten würde ich gehen weiter erst mal dadurch denn durch dieses gebiet durch es halt diese neue pflanzen art gibt und dann ich gehen dahin dann essen hat geheilt sind wir es ist ein bisschen leid zu start cooking food oh ja ich weiß dass sie daran was machen wollte das können wir ja leider noch nicht müssen erst explodierten anderen reaktor finden oder so was passiert jetzt eine ruhige nacht pok mal gucken ob sie jetzt die samen anbauen die wir beim letzten mal gefunden haben wir hatten ja zwei samentypen gefunden wir hatten die doch vollständig oder nicht genau davon haben wir davon so so Ah, egal. lasst ihr mal die knutsche rein das ist ja müssen zu das war die ne die oder die ich kann sie gar nicht ich habe eine große Ich dachte, es riecht hier gut. Wenn er irgendwie noch mal Rost verschwinden wollte, um irgendwelche Kampfheilungen da zu machen. Ich muss mal gucken, dieser kleine Minifile ganz am Rand von dem Kompass, auf das noch in die richtige Richtung zeigt. Ah, das ist wo wir früher waren. Ah, nicht da lang, ein Stück weiter noch. Dabei noch ein bisschen was... Da... Äh, hier, ne? Ja. Genau, das war das Ding. Ähm... Wo war hier jetzt nochmal diese andere Frucht? Nicht du, das andere gelbe. Da. Da. I have some bad news. What? I have some bad news. Ugh, you found another seed, didn't you? Yes! Als ob... Als ob... These guys are creeps. Come here. Ready when you are. Are you okay? Are you okay? Ugh! Oh, blu- you? Yep! Saw that! Achievement. 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 There's no way you can't feel the difference. Okay. I mean, I think I can feel it. That's what I said. Okay. Die Insel ist frei. Das heißt, das nächste Mal können wir auch hierhin direkt herreisen. Das muss halt wieder irgendeins von den Monstern sein, das das Herreisen blockiert. Ja, ich guck überall jetzt nach. We're here or to go? To go. Too bad. Too bad. Das können wir auch machen. Oh, du musst das mitnehmen. Danke. 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 falsch da ist richtig so hier müsste es das auch geben, ne? ok können wir hier kapieren? ah können wir ihn wieder anlocken? richtig fette Ausbeute Moment, hier war doch irgendwo so ein komischer Dino-ähnlicher Gegner die mag ich halt so mega niedlich als wenn die so einen Helm auf hätten halt ich will ich will ich meine Schäuze aus so ich kann das Wasser auf meine legs aber ich fühle mich nicht luggen meine Böden ich bin nicht ich bin deine Böden das war es war ein Okay. Ja, wir haben alles gefunden, was es hier gibt. Wollen wir den Weg noch aufhören? Okay, sonst fliegen wir hier noch einmal rum. Okay, dann sind wir Gucci. Nehmen wir mal den Seitenweg. Oh, ja. Ready when you are. Ready. Target left. You go, girl. Dodge this one, your turn. I'm on it. This one's ready. Yep. Bam. You? Saw that. Nice shot. He's getting worn out. Aha. Now that is a hit. One left. Bullseye. Boom. He's ripe for the picking. Harvest time. Bye bye. Es gibt hier einen Wasserfall? Done and done. Es gibt hier irgendwo einen Wasserfall in der Gegend. Nicht schlecht. Nur noch finden. Ah. Okay. On your mark. Go, go, go. Aha. Wieder vorbei. All set? Now. Ich würde es lassen. You. What's up? Getting tired? Bear up. You know what to do. On it. I have a bad feeling about this. Done and done. One to go. Ooh. Yes. Ooh. That looks bad. Ready when you are. All set. You like that? Ah. Are you okay? Ready? Go, go, go. There. That's what we want. On your mark. Anytime. He's getting worn out. That's gotta hurt. Let's get it over with. And done. Oh. 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 We end. Also, ich will jetzt eigentlich gut viel Rost zusammen sammeln. Dürft euch knutschen. Danke. Grab. So. Okay. So. Let's get it. Let's get it. Okay. Okay. We're good. Bye. See? We're good. Okay. Let's go. Okay. Okay. Die nächste... Was ist das? Oh, hier ist der Wasservoll. Perfekt. Nomnom. Okay, irgendetwas hat hier die Kampforbote getötet und das waren nicht wir. Okay, was? Du bist das Ding, was wir hier finden sollen, auf jeden Fall. Wow, I don't know what happened here, but I'm sorry I missed it. Same here. These Hornets are all busted up. Do you think those were ours? I mean, they were meant for us? In all likelihood? Yes. This happened recently. Cool. That means we have a friend here. I hope it's a friend, due to its ability to crush an entire platoon of Hornets. We have the ability to crush an entire platoon of Hornets. Heh, that's true. Oh. I think I just found a clue about our mysterious benefactor. What is it? An antler. At least that's what it looks like. So, what does it tell us about the critter we're dealing with? I would say... Tall. For legs. For wings. For eyes. And... Kind of an angry look on its face. Nice. You got all that from just this antler? It's right there. Blute. He must think that we're Hornets too. Understandable. We're tiny. Two eyes, two arms, two legs. We're pretty blue in the leg from his point of view. Don't be rude. Ah. That looks bad. Three, two, oh, bloot. This one's ready. Yep. Are you alright? Well done. Haha. Meet my boyfriend. Go, go, Kay. Shield up. You. Nice one. You like that? I can't take much more of this. That's gotta hurt. Ready when you are. Rawr. Uh. Didn't we already pacify him? It gets better, my boy. You'll see. Meet my boyfriend. On your mark. Go, go, go. Quick, before he stands back up. No way. Ready when you are. All set. I guess the Hornets don't know this technique. Let's make sure they never hear about it. He's recuperating. Now's the time. Ready? We're too slow. You know what to do. I got this. Oh. One down. Ready when you are. Ready. Loot. Come. Ugh. All set. Now. This one's ready. I'm on it. Ugh. Are you okay? Now, Shu. Now what? One to go. Hey, that's cheating. Target luck. Eat it. You? Yep. Soft. Let's get it over with. And done. Who's next? Ah, looks like you're feeling better. You see? We're the nice guys. But you can definitely carry on beating up these Hornets. No problem. Do you think we can put his antler back on? He's looking a bit silly right now. I guess so. Reparieren. Can you tell him to stop moving for a bit? I don't speak his language any more than you do. Well, that's not staying. Maybe we could screw it in. Do antlers have nerve endings? Like, do you think it would hurt if we drilled to stick an anchor into it? I... I don't know. All right. I guess we won't try that, then. I guess you'll have to stay like this for a while, big guy. What do you mean, a while? I mean, until his new antlers grow. What? What the what? What new antlers? Well, ungulates shed antlers and grow new ones every year, usually. Now, I'm not sure how the annual cycle works here on Source, but it can't be that different. Could have told me earlier. You didn't know? Why do you think I was trying to put this one back on? Well, you said he looked silly. Okay, whatever. I'm keeping the antler from my troubles. What are you gonna do with it? We'll see. Nein. Doch. Na? Passt. Warte. Gleich. Ich weiß... Warte. See. Ich hab halt gedacht, man könnte ihn jetzt reiten. Schade. Vielleicht müssen wir hier auch erst raus. Kommst du mit? Nee. Also, wenn man ihn anklickt, hört man halt ein Geräusch, dass irgendwas gehen würde. Aber... Es passiert halt nichts. Kommst du mit? Können wir langsam gehen? Nee. Also, er geht aus dem Gebiet nicht raus. Also, hat er das Gebiet halt praktisch nur geschützt. Okay. Und sein Geweih war auch das Teil, ne? Ja. Dann gehen wir ein kleines Gebiet rückwärts. Ja. Schauen uns da nochmal um. Not too many flow threads around here. Obviously. Seems like these critters start munching on the flow right as it comes out of the ground. Let's just hope they never get off this island. No. It smells like this. Okay. And make sure we like it. Das war's für heute. Was hat sie vor? Ich habe nicht gewundert, was sie vorhaben. Okay, wir müssen also ein... Okay, so fängt man die Eis auf. Easy. Was ist das? Ich weiß nicht. Ein bisschen transparentes Seed? Es sieht aus, dass es Flöhe drin ist. Was sollen wir tun? Öffnen sie? Oh. Wir sollten wahrscheinlich versuchen, diese Krystalle zu holen. Leute. Was? Alter, was haben wir für einen Boost? Wir sagten nicht, dass wir die Krystalle zu holen? Ups. Ah, gut. Lass uns nur noch einen von diesen Seeden finden. Guck mal, wie heftig wir aufgeladen sind anhand des Boots. Ich kann nicht mal aufhören. Also sie dascht halt volle Kanne los. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht ordentlich lenken. So. Wir sind halt überladen. Du glaubst, wir haben genug? Wir haben keine genug. Auf dem Platz,? Jetzt! Jetzt sind wir irgendwie noch nicht fertig wieder. Okay. Hey, I know this place. Gut. Da noch. Also wenn es der Flow ausgeht, haben wir jetzt den Seed mit. Sorry Birds, we didn't see you. Ah ja, da ist das Haifiech wieder, was wir schon mal gesehen haben. Okay. We have a Stowaway. Ah ja. Ich auch nicht. Okay, zwei Sachen gibt es hier noch zu erkunden. Und dann sind wir hier praktisch in einem großen Kreis. Ist okay, würde ich sagen. Können wir da noch hin? Äh, ja. Das heißt, wir uns jetzt nicht diese komische Riesenhaie da vermampfen will. Äh, ja. Äh. 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 Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn noch fehlt? Kann nicht mal... Wo? So... Flickst du da hin? Das ist mir eine gute Rezepte-Idee. Keine Spoilers! Oh, das war ein schönes. Kann da oben noch weiter drauf... Von der Seite nicht. Schade. Sie sind uns. Alles klar. Ich glaube, wir haben eine Shortcut. Um... Genau, wir sind hier bei dem Ding. Wo ist... Oh, da oben drauf. Okay, das war das schon. Ich muss da oben rauf für den anderen Weg. Okay. 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 Verleg mir das gleich mit dem Weg an erst. Okay. 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 Uh... He kind of reminds me of someone Ugh, whatever Uh-oh Na Ich hasse es, dass man so ne Gleiter Schuhe hat er trotzdem Nicht auf so Berge kommt Für 6 Sacks Hmm, this one doesn't look very good Let's not judge based on appearances Hmm, we were right Genau Okay, dann machen wir hier im nächsten Part weiter Tschau Leute